Moin, Chris hier aus dem Get the Sound in Berlin. Ich mache heute wieder für euch eine kleine Kaufberatung, heute zum Thema E-Gitarre. Da habe ich mir drei Gitarren für euch rausgesucht in der mittleren Preisklasse, 249 Euro bis 438. Ich spiele alle Gitarren über den Fender Bassbreaker 30R. Der hat Reverb, der klingt echt gut. Ich werde da nichts an den Sounds verändern, damit ihr die auch gut vergleichen könnt. Bleibt dran. So, hier haben wir von Yamaha die Pacifica 112. In dem Fall kommen sie in der Farbe Old Violent Sunburst. Hier haben wir eine HSS Bestückung, das heißt wir haben einen Hamburg an der Brücke und zwei Single Coils. Die kommen mit einem Nico 5 Magneten, sonst auch ganz klassisch Ahornhals, Erlenkorpus und Tremolo. Ich zeige euch wie sie klingt. Ich zeige euch wie sie klingt. Ich zeige euch wie sie klingt. So, hier haben wir von Squire aus der Contemporary Serie die Telecaster in der Hambacher-Hambacher-Bestückung. Zwei Keramik-Hambacher, also auch wieder sehr schön klassischer Sound, aber die geben auch ordentlich Schub, wenn man es möchte. Volume und Tone, Pappelkorpus, Ahornhals und eine aufgeschraubte Brücke. Einfach ein schönes Rockbrett, aber auch für härtere Sachen, aber auch für so einen schönen perligen Clean-Sounds durch diese Keramik-Hambacher. Also es ist wirklich so ein Allrounder. Ich zeige es euch. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Pappelkorpus, Ahornhals und Tone, Pappelkorpus. Hier haben wir wieder eine Squier-Gitarre, aber diesmal aus der Classic-Vibe-Serie. Das ist die Sixties Stratocaster. Hier ein ganz schönes Drei-Ton-Sunburst. Die kommt mit den speziellen Vintage-Style-Single-Kaltonen für die Strat. Vintage-Synchronized Tremolos ja auch dran. Sonst Ehrenkorpus, Ahornhals, Pappelkorpus, 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 Pappelkorpus. Wirklich super gute Verarbeitung für den Preis. Da kann man wirklich nur Lob aussprechen an die Leute von Squier. Ich bin sehr erstaunt. Ich zeig' euch mal, dass sie wirklich wie eine waschechte Strat klingt. Pappelkorpus. Musik Pappelkorpus. Musik Pappelkorpus. Musik Musik Pappelkorpus. Musik Pappelkorpus. Musik Pappelkorpus. Musik Pappelkorpus. Musik Ja, das war's für heute auch. Das war's für heute unser Kaufberatung. Wir haben die Gezeigten getan und natürlich auch alle hier im Laden zur Verfügung. Also könnt ihr auch gerne persönlich vorbeikommen und die antesten bzw. euch beraten lassen. Falls ihr das nicht könnt, packen wir euch natürlich die Artikel auch in den Videobeschreibungen und könnt ihr die euch auf unserer Seite nochmal anschauen bzw. auch bestellen. Ich bin Chris von Get The Sound und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.